Wir haben die letzten Koffer verstaut und dann drücken wir zurück, lassen die Triebwerke an und rollen zur Piste 23 links hier in Düsseldorf verlassen heute also im Flughafen Richtung Südwest mit einer Rechtskurve über Düsseldorf hinweg und im Reiseflug melde mich dann mit allen aktuellen Daten bei Ihnen. Bis dahin schon mal einen angenehm offenen Platz anbaut und einen guten Flug. Vielen Dank. Guten Morgen, meine Damen und Herren von der Flughafen, das ist Ihr Kapitän, und ich bin Alexander Kellner. Ich habe die entire Crew und mein Kollege Wittmann, Herr Dr. Klinger. Ich bin der Boeing 757 von Kondra. Wir haben jetzt die Prefersion geschlossen und die letzte Boxen werden geschlossen. Als es das ist, werden wir zurückkommen. Der Kondrager kommt in der Heerblower 2. Der Kondrager kommt. Kondrager kommt, die sich so lange aus dem Kondrager kommt, er hat die Taskung auf den Kondrager leben und in die Boden großartig bauen. Kondrager kommt. Eigentlich clever, ne, anstatt umzulackieren. E é o som de curtir o garoto. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Awww. 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 So, Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Ah, danke schön, danke schön, danke schön. Vielen Dank. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. 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 Bye bye. Bye bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Thank you.